Herzlich willkommen bei Video Wissen. Matti Heberlein hat ja den Rheinraum vorgestellt bei Airbus und dazu habt ihr Fragen gehabt. Alle, die von Urkner Welt erleben, jetzt hier rübergekommen sind, super, dass ihr da seid. Alle anderen, herzlich willkommen. Matti, dann legt mal los zum zweiten Teil der Fragen. Viel Spaß. Und wenn ihr immer noch nicht diesen Kanal Video Wissen abonniert habt, dann wird es jetzt aber höchste Zeit und natürlich nach jedem Video ein Like da lassen. Beim letzten Mal hatten wir die Fragen von Vetterchen Frust und Tino zum Thema, wie packen wir uns überhaupt ein, wie stellen wir sicher, dass wir vorm Boden in den Orbit sauber bleiben und wie schaut so ein Kontaminationsbudget aus und werden wir Bauteile nochmal öffnen, um dann nochmal nachzureinigen. Heute möchten wir uns dann nochmal vier spezielleren Fragen widmen in Richtung, welche Kontaminationsquelle ist der Mensch, wie müssen wir also die Hardware im Rheinraum vor dem Menschen schützen. Und dazu fragt der Ingenieur, kommentiert hier, super spannend, ganz toll, mal da so einen ISO 8 bzw. ISO 5 Rheinraum reinschauen zu dürfen. Leider hat man nicht wirklich gesehen, wie Schmutz von den Gegenständen entfernt wird. Ja, stimmt. Wir hatten tatsächlich nur an der einen Stelle mit einem kleinen Stäbchen an einem Partikelchen ein bisschen was weggekratzt. Das war jetzt kein richtiger Schmutz, den wir entfernt haben, sondern nur praktisch einen Partikel hier von der GoPro runtergestoßen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir die ein oder andere Incoming Inspection dann von einem Subsystem auch mal live dann mitverfolgen, in der dann aber hoffentlich natürlich kein Partikel auftreten sollte, den wir dann reinigen müssen. Im Normalfall ist es ja auch so, dass wir nicht zeigen wollen, wie wir Bauteile reinigen müssten, denn dann hätten wir was falsch gemacht in unserer Prozesskette. Die Frage dazu war allerdings, wie stark die Aerosole eines lautsprechenden Menschen ohne Mundschutz zu einem Rheinraum verunreinigen, hätte mich auch interessiert. Da kommen wir gleich dazu. Henni A. fragt hier oder kommentiert, total spannend, beim Langstrecken-Segelflug kann man auch keine Pinkelpause machen, deswegen werden Windeln und Ähnliches verwendet. Wäre das nicht ein Ansatz für unterbrechungsfreie Aufenthalte im ISO 5 Bereich? Auch eine sehr spannende Frage. Mikromodelleu.eu sagt, was mich interessieren würde, wenn man sich für den ISO 5-Reinraum ankleidet, hier ist die Frage, dann ist der Prozess so sicher, dass das Ankleiden genügt, Fragezeichen, oder gibt es danach noch Prüfungen der Reinheit am Menschen selber? Sehr interessant, dieser Einblick in die Technik. Und Bunte Gerotte kommentiert, habe ein paar Fragen. Gleich ein paar Fragen auf einmal. Die GoPro wurde gereinigt unter ISO 5-Bedingungen unter dem Abzug und dann anschließend lag sie auf einem weißen Tuch und wurde verpackt. Wie wird verhindert, dass Bauteile auf dem Weg zur Packstation nicht wieder kontaminiert werden? Oder dass das Bauteil auf dem Weg zur Packstation nicht wieder kontaminiert wird? Wie wird sie transportiert bis dahin? Bleibt ein Restrisiko immer bestehen? Und noch eine Frage. Viele Bauteile sind sicherlich empfindlich. Worauf muss beim Reinigen geachtet werden, dass die Teile nicht beschädigt werden? Dann fangen wir mal an mit den Fragen. Der Ingenieur, sehr gut Aspekt, wie stark die Aerosole eines lautsprechenden Menschen ohne Mundschutz so einen Reinraum verunreinigen. Das hätte mich auch interessiert. Ja, Herr Ingenieur, das hätte mich tatsächlich auch interessiert. Tatsächlich ist es so, dass wir noch niemals oder meines Wissens noch niemals ausprobiert haben, ich sage mal, mit unterschiedlichen Aerosolen uns direkt vor den Partikelfilter oder vor das Partikelmesssystem zu stellen und dort mal reinzuhauen. Das wäre tatsächlich für mich auch mal interessant, das mal zu tun quasi und dann, ich meine, wir haben dann natürlich einen Alarm im Reinraum, das ist klar, weil der Partikelalarm schlägt sofort an. Eben, da müsste man alle Projekte erst mal warnen. Aber es wäre tatsächlich schon mal interessant und spannend, wie, wann dann dieser Partikel-Sensor wirklich anschlägt, wenn ich jetzt zum Beispiel geraucht habe und mich dann also mit einem verrauchten Mund vor den Partikel-Sensor stelle. Natürlich müssen wir dann alle Hardware entfernen. Aber wie tatsächlich dann exakt die Verunreinigung ist, kann ich so eigentlich gar nicht sagen, weil wir es noch nicht so dediziert gemessen haben, weil wir einfach versuchen, es von vornherein schon auszuschließen. So, Henry A., total spannend beim Langstrecken-Segelflug, das Thema mit den Windeln. Ja, das ist uns tatsächlich hier in der Produktion auch schon mal gekommen. Andererseits ist es so, der Windelaspekt ist, sage ich mal so, natürlich auch relativ unangenehm dann, also wenn ich die Windel trage und ich sage mal, ich mache rein und ich bin hochkonzentriert im Reinraum und ich würde jetzt einfach in diese Windel reinlaufen lassen, dann ist natürlich die Frage, wie gut kann ich mich dann momentan noch auf meine Arbeit konzentrieren? Eben, und wie gut kann ich dann weitermachen und wie wohl fühle ich mich dann auch? Also ich muss ja auch tatsächlich irgendwo, also ja, unsere Komponenten sind so sensitiv und ich muss so konzentriert arbeiten, dass ich mich auch wirklich maximal wohlfühlen möchte in meiner Arbeitsumgebung. Eben, also das ist mal der eine Aspekt. Dann ist natürlich auch der andere Aspekt, passt es in diesen, also passt die Windel, also wir bräuchten eine Reinraumwindel sozusagen, weil die dafür wieder keine Partikel generieren und so weiter, eben gerade beim Anziehen. Dann müsste ich die auch immer, also ich müsste natürlich auch gucken, ja klar, die Windel saugt es natürlich auf, eben, aber ich habe irgendwo auch eine gewisse Feuchtigkeitsquelle, wo ich einfach, also ein gewisses Kontingent an Feuchtigkeit irgendwo im Reinraum habe, das ich auch nicht haben möchte und selbst, also wenn es unterm Anzug ist. Und dann ist natürlich auch die Sache, eigentlich möchte ich gar nicht, dass wir so lange im Reinraum stehen, dass wir auf die Toilette müssen. Also die Arbeit im Reinraum ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Eben, wir bewegen uns ganz langsam, die Luft ist trocken, wir haben immer diesen Luftzug, eben, wir arbeiten hochkonzentriert. Also in der Regel ist es so, dass wir eigentlich tatsächlich arbeiten, die länger als zwei, drei Stunden sind, auch generell vermeiden möchten, weil wir dann auch sagen, okay, nach zwei Stunden in so einer Umgebung zu arbeiten, ist so anstrengend, dass man dann eben so oder so eine Pause braucht. Also das heißt, maximal zwei Stunden, dann lieber rausgehen, Pause machen, dort dann sein Geschäft erledigen, eben dann eben was essen, was trinken und dann am Nachmittag nochmal eine Session machen und dann wieder reingehen. Also solche langen Integrationszyklen eigentlich im Reinraum möchten wir generell vermeiden. Sonst wäre der Windelaspekt natürlich für sowas tatsächlich eine gute Lösung. Mikromodell.eu hat eben gefragt, ob es nochmal eine Prüfung gibt der Reinheit am Menschen, nachdem man sich angezogen hat. Ja, im Prinzip gibt es nochmal eine Prüfung der Reinheit am Menschen. Also wir ziehen uns ja um. Wir ziehen so, wie wir es das letzte Mal schon im Schnelllauf gezeigt haben, der Stefan und ich, eben ziehen wir uns praktisch erst mal, also wenn wir in den ISO 5 gehen, erst mal aus, bis auf die Unterhose, dann ziehen wir unsere Reinraumwäsche an, Reinraumsocken, Reinraumunterwäsche eben. Dann kommt dieser, der Kopfschutz, der Mundschutz, eben der Bartschutz, dann kommt der ganze Reinraumanzug und die Handschuhe und so weiter. Und dann ist es tatsächlich so, also wir gehen dann nochmal, machen dann nochmal eine Sichtprüfung. Wir checken uns auch gegenseitig, die Kollegen eben, ob alles passt, ob alles sitzt eben. Und wir monitoren uns natürlich auch gegenseitig beim Anziehen, eben so viel Augenprinzip mäßig eben, ob wir wirklich uns richtig angezogen haben, dass wir den Anzug nicht von außen angefasst haben, zum Beispiel. Oder ob noch irgendwo Partikel sind, eben auf dem Anzug oder ob was nicht passt. Was es jetzt nicht gibt, ist, dass wir uns praktisch unter dem Crime Light eben nochmal anschauen, ob auf dem Anzug Partikel sind oder sowas. Das passiert nicht. Eben, also für uns reicht dann da diese Sichtprüfung eigentlich aus. Und dann noch von bunte Karotte. Die GoPro wurde gereinigt unter ISO 5 Bedingungen, unter dem Abzug und dann anschließend lag sie auf einem weißen Tuch und wurde verpackt. Wie wird verhindert, dass das Bauteil auf dem Weg zur Packstation nicht wieder kontaminiert wird? Wir sind eh im Rheinraum, in dieser sauberen Atmosphäre an der Packstation. Und der Rheinraum, der gibt uns ja im Prinzip diese Umgebung, diese reine Umgebung dann schon. Wenn ich gereinigt habe, kann ich mir sicher sein, dass in diesem Rheinraum, in der Umgebung dann erstmal nichts mehr draufkommt. Also dann kann ich wirklich gedroht zu meiner Packstation gehen, das Ding einpacken und das ist dann sauber. Also kurz gesagt, wir sind in dem Rhein, in dem Darkroom und haben die Inspection gemacht und haben geguckt, ob das Bauteil wirklich rein ist. Ja, es ist wirklich perfekt sauber, wenn wir es dann so reinhalten wollen und wirklich das Risiko nicht in Kauf nehmen wollen, dass es jetzt während der kurzen Strecke im ISO 8 von dem Darkroom zur Packstation eben kontaminiert werden sollte. Dann nehmen wir uns natürlich eine Box unter der Flowbench und packen das wirklich in ISO 5 Bedingungen, legen das da rein, machen den Deckel drauf, dann wissen wir, diese ISO 5 Atmosphäre ist dort konserviert. Es ist wirklich perfekt sauber, tragen das dann rüber und dann machen wir es dort im ISO 8 Reihenraum kurz auf eben und dann geht es gleich in die Folie rein und wird verpackt und sollten wir dort auf diesem Weg dann noch irgendwo Partikel eben oder molekulare Moleküle irgendwo aufnehmen oder so, dann hätten wir tatsächlich unseren Job nicht richtig gemacht und das ist eigentlich genau der Aspekt, warum wir eben in dieser Umgebung so arbeiten und warum wir dort in dem Reinraum sind. Bleibt dabei immer ein Restrisiko bestehen? Ja, natürlich, ein Restrisiko hat man immer im Rahmen der Kontaminationsklassen, die wir im Prinzip haben und noch die letzte Frage, wie viele Bauteile, die Bauteile sind sicherlich empfindlich, viele Bauteile sind sicherlich empfindlich, worauf muss hier beim Reinigen geachtet werden, dass die Teile nicht beschädigt werden? Ja, das ist tatsächlich so, also wir müssen, wenn wir jetzt mit so einem kleinen Pinselchen oder mit so einem kleinen Q-Tip eben an die Bauteile rangehen, da müssen wir aufpassen, dass da selber nichts drauf ist, dass wir keine optischen Flächen verkratzen, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, eben, wir dürfen es endlich einfach aufschrauben oder so, wir müssen sehr vorsichtig mit den Bauteilen da agieren, vor allem, wenn wir irgendwelche Elektronikbauteile haben, darf nichts beschädigt werden, also diese PCBs eben in der Raumfahrt, die sind hochempfindlich, eben die Optiken auch, also ich darf, ich muss tatsächlich aufpassen, dass ich keine Kraft aufwende, dass ich nicht irgendwo Werkzeug rumliegen habe, womit ich dann was beschädigen könnte, das ist auch ein sehr guter Aspekt, da werden wir auch noch ein Video machen, dann beim nächsten Mal, eben Thema gibt es, weil es dazu kamen auch zwei, drei richtig gute Fragen, Objekte, die praktisch irgendwo verbleiben können in der Hartware, da möchte ich auch nochmal drauf antworten, weil das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema, das nennt sich bei uns Foreign Object Damage und das ist auch genau der Punkt eben, ich muss gucken, dass ich auch bei der Reinigung eben kein Werkzeug liegen lasse oder so oder keine Partikel generiere oder so, die mir dann auch irgendwie vielleicht drin bleiben könnten oder so, wenn ich irgendwie vielleicht dann ein Q-Tip-Pad oder so da drin verliere, im Prinzip dann kann das tatsächlich schon also missionskritisch sein. Hier sieht man jetzt nochmal die verschiedenen Klassen, in denen wir da arbeiten, von denen der Stefan und ich das letzte Mal gesprochen haben und wo wir das letzte Mal eben drin gedreht haben, also das sind so die Reinheitsanforderungen, man sieht hier normale Raumluft eben, da haben wir 1 µ haben wir ja schon besprochen, was ein Mikrometer ist im Prinzip und hier haben wir Partikel größer gleich 5 µ dürfen bei normaler Raumluft 293.000 sein, Satelliten, gewöhnliche Nutzlasten, Telekom-Satelliten werden dann integriert in so einer Klasse 100.000 Reinraumumgebung, das sind dann 29.300 Partikel erlaubt und dann sieht man schon hier diesen Sprung, was wir eben für Anforderungen haben Richtung optische Instrumente, das sind wir dann in so einer sogenannten Klasse 100 Reinraum, das sind dann eben nur noch 29 von diesen Partikeln erlaubt in einem Kubikmeter, die größer als 5 µ sind. So hoch sind da die Anforderungen. Wir haben dann hier, garantieren wir das Ganze über diesen vertikalen Flow, da haben wir das letzte Mal auch über diese Klimaanlagen gesprochen, eben die diesen Flow garantieren, der hier von oben runter kommt, eben so ein Laminarer Fluss, das gibt es in manchen Reinräumen auch von der Seite, je nach Anforderungen für das Instrument. Und hier sieht man auch nochmal zum Beispiel, was wir so auslösen, wenn wir Hartware transportieren oder wenn wir uns bewegen. Zum Beispiel ist das Thema, also hier Freiübungen in dem Rheinraum, würden dann auslösen bei uns produzierte Partikel 0,3 µ pro Minute, also ja, Partikel, die größer sind als 0,3 µ pro Minute. Freiübungen, da würden wir bis zu 15.000 generieren, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meine Arme bewege oder in die Hocke gehe, wenn ich jetzt joggen würde, hier im Rheinraum, und zwar mit 8 km pro Stunde, eben dann generiere ich locker 10.000 Partikel in dieser Größe, eben Gehen ist da schon ein Problem mit 6 kmh, da bin ich so bei 8.000 Partikel, also schnelles Gehen, langsames Gehen, 3,5 kmh und in der Richtung und weiter drunter bewegen wir uns dann ungefähr, da bin ich dann so bei etwa 5000 Partikel, größer 0,3 µ und das ist schon relativ wenig, wenn man sich das anschaut hier, was wir hier für optische Instrumente zulassen, in einem Kubikmeter 10.200 hier, 0,3 µ und wenn ich hier normal gehe und mich bewege bei 3,5 kmh, dann generiere ich hier schon so an die 5000 Partikel, also wir Menschen, wie man sieht, sind da schon eine sehr, sehr große Kontaminationsquelle und genau die Problematik eigentlich sind wir der größte Treiber, aber natürlich auch unsere Umgebung, also hier sieht man auch mal diese Kontaminationsquellen, also prozentual verteilt eben, also Menschen, hier so tägliche Aktivitäten oder auch wenn man irgendwie jemanden in den Rheinraum zeigt, Press-Events oder so oder Inspektionen macht selber, eben Mobile Phones ist ein ganz großes Thema, eben sind eben ISO 5E komplett verboten, wie der Stefan schon gesagt hatte, wir Menschen machen 75% der Kritikalität aus eben an Kontaminationsquellen, dann unsere Prozesse, die wir haben, Coatings oder wenn wir irgendwas kleben, im Prinzip zwei Komponenten Kleber mischen oder so, dann sind wir da schon bei 5% Materialien, ist der andere große Beitragszahler, da haben wir irgendwelche Klebertapes, Kleber, Kabel, IT, ja das ist unsere, unser Umgang einfach mit den Werkzeugen oder einen Computer, also mit Lüftern sind generell da nicht erlaubt, eben weil dieser Lüfter eben praktisch Partikel, also durch die Gegend bläst, Papier, wie der Stefan schon gesagt hat ist, was eine ganz große Kontaminationsquelle ist und dann natürlich hier auch GSI, Ground Support Equipment, also alles was unser Werkzeug anbelangt eben, da haben wir hier diese Cherry Pickers und Krane eben oder auch diese Trolleys dann, wo ein Satellit drauf ist, das ist ja alles Equipment, was auch tatsächlich hoch rein angeliefert werden muss, also auch diese ganzen Reinraum-Werkzeuge, die müssen hoch rein angeliefert werden und dann muss eben so ein Trolley muss eigentlich den gleichen Reinheitsanforderungen genügen, wie es auch selber das Instrument oder das Satellit hat. Soviel erstmal zu den neuen Fragen zum Arbeiten in Reinraum von der Ingenieur Henry A. Mikromodell EU und Bunte Korotte, vielen Dank für die Fragen, der war sehr spannend. Wir haben natürlich noch weitere Fragen dann zum Thema eben Foreign Object Damage und auch, ob wir Robotik benutzen im Reinraum oder nicht, dazu werden wir das nächste Mal noch ein ausführlicheres Video machen, da gab es eben ganz interessante Fragen noch dazu. Einen Punkt hätte ich hier noch für die Kommentare eben, die kamen ja bei uns im Reinraum, das sind ja nie Leute zu sehen, eben hier arbeitet ja gar niemand. Natürlich drehen wir am Freitagnachmittag, wenn wir also die Hauptarbeiten im Reinraum nicht stören, eben weil wir natürlich Leute vor Ort haben und hier auch viel los ist und einfach mal kurz, um das mal zu zeigen, das ist kein Blue Screen hier. Ein Beispiel, die Kollegen von Sendio5. Also das war es erstmal für heute, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier aus Ortobrunn, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.